Im Spiel zwischen Aramia und Armenien zunächst einmal den weit spielenden Armenien Ball. Neuer Versuch, bringt aber nichts ein. Der Ball geht auf jeden Fall ins Out. Sehr gut gemacht von der Aramia Salzburg. Jetzt wieder schöne Konterpöckeligkeit. Rennen durch. Passt. Aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder Abstoß vom Tor der Aramia. Der Aramia kann sich den Ball in den eigenen Reihen behalten. Passt. Jetzt wieder schöne Konterpöckeligkeit. Rennen durch. Dazu wird allerdings gefault. Hätte durchaus Elfmeter geben können. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Passt. Spielt hier sehr gut aus. Er bringt nichts ein. Und sehr gut gemacht vom Goale der Aramia. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Schöne Aktion. Wird hier nicht attackiert. Und sehr gut gemacht vom Goale der Aramia. Jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Sehr gut reingerutscht. Und kein weiterer Treffer. Es bleibt beim 0 zu 0. Vielleicht jetzt. Abstoß vom Tor der Aramia. Nicht ganz ungefährlich. Schuss. Pass. Immer noch die Aramia am Ball. Schöne Kontermöglichkeit. 1 zu 0 für die Aramia. Keine Chance für den Goale. Aramia hat da irgendetwas zu machen. Dann die Schlussphase. Die Aramia bleiben am Ball. Immer noch die Aramia. Scheibt da zunächst. Wird allerdings ausgeschrieben. Und da. Da ist der Ausgleich. Das Spielende. Mit einem gerechten 1 zu 1. Unentschieden.